Hallo YouTube, hier ist wieder euer Kai von KaiLabs und wir machen heute weiter mit unserem Preset-Durchlauf von dem Falcon 3. Heute mit den Blechbläsern oder Bras und das wird auch wieder richtig spannend. Es ist eine überschaubare Anzahl, also wird es vielleicht auch diesmal nicht ganz so lang wie die anderen Preset-Durchlauf-Videos. Ich wünsche euch viel Spaß. 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 Ich wünsche euch. Ich wünsche euch viel Spaß. 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 Ich wünsche euch. 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 Ich wünsche. Ich wünsche euch. Ich wünsche euch. Ich wünsche euch.